Yo Leute, euer Sven. Heute geht es um das Hydro Spray, was in meinem Repertoire nicht mehr fehlen darf. Es spendet dem Haar viel Feuchtigkeit und die Haare lassen sich danach easy going durchkämmen. Und das ist auch genau das, was ein Haarsystem braucht, um eine lange Haltbarkeit zu gewährleisten. Ich sprühe es zum Beispiel direkt nach dem Duschen in das feuchte Haar, so wie jetzt gerade, oder nutze es zum Stylen, um meine Haare ohne Blockaden in die gewünschte Position zu bringen. Von daher, das Hydro Spray eine ganz klare dicke Empfehlung. Bis dahin und ciao ciao.